Wenn du vom Dorf kommst, wenn du nicht, wenn du nicht das hier hast bei dir, dann fehlt dir manchmal der Blick nach oben. Dann fehlt es dir einfach. Freunde, wir haben für Shootings, haben wir Models kommen lassen aus Russland, Granaten, kannst du dir nicht vorstellen, 50.000 Euro Budget nur für ein paar Tage Shooting. Die sind gekommen, die haben, weil die vom Ländlichen gekommen sind aus Russland, nicht jetzt aus Moskau oder St. Petersburg, die sind aus ein bisschen ländlicherer Gegend gekommen, die haben nicht die Affinität zu den großen Marken und zu dem Luxus und zu dem Style einfach, wie es manche andere haben, was auch vollkommen okay ist. Es ist vollkommen okay.